Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Noob Spiel zu Boss Smash Bros. Ultimate Und es geht wieder los mit einem Duell Ähm, keine Ahnung Wer der Gegner sein wird Aber ich werde es ja jetzt erfahren Palutena Pain in the Ass Die macht ordentlich Schaden, die Alte Ja, genau Alter Ist klar What? Na gut, dann komm mal drüber, wenn du unbedingt willst Nö, da zieh ich nicht ein Na komm Ah Scheiße Ja, ich hoffe, dass ich noch ein Fuck Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass ich noch ein paar Prozent Schaden machen kann Da kommt jetzt ein Wildschwein Oh, Gott Oh, fuck you Komm, hab wenigstens Anstand und verrecke Gut, 1-1 Ach, äh, 2-2 Ausgleich Ach, da kommt noch ein Goblin hinterher Na komm schon Du darfst zu mir kommen, Fräulein Ah, was war das denn? Gewonnen Hahaha War aber ein cooler Kampf bis dahin, muss ich sagen Das ist natürlich das Pech, das runtergeflogen ist Aber der Scheiß passiert mir halt auch andauernd Muss man halt dazu sagen Das ist halt Bad Luck Es hat echt Spaß gemacht, trotzdem Und sie ist rausgegangen Oh Langweilig Die ist wahrscheinlich sauer, weil sie durch einen dummen Fehler jetzt gestorben ist Kann ich verstehen Passiert mir ja auch andauernd Wie gesagt, nur nochmals Wort andauernd zu benutzen Hier Mini Lucina Oh, da ist ja schon der nächste Ein Duell Gegen Joker Mal gucken, wo ich mein Spielerbild ändern kann Ah, Animal Crossing Musik Oh, der Joker Spieler ist gut Oh, da ist ja schon der Oh, da ist das Ja, das war klar. Oh, Mann. Nein! Auf gar keinen Fall. Ja, natürlich nimmt er sich den Pokéball wieder. Latias, fuck! Da hast du keine Chance gegen. Gegen Latias bist du fast machtlos. Oh, fuck. Naja. Ja, man merkt, dass der anderen Skill hat als ich. Obwohl ich ja nicht mal weiß, ob das wirklich so viel mit Skill zu tun hat. Nein, er hat ja auch einige Pokémon und so einen ganzen Kram gehabt. Ugh, Sandez. Das Problem ist, er hat Fernkampfattacken. GG. Aller verdient, muss man so sagen. Er hat das ganze Match dominiert und... Ist halt so. Richtig harter Ficker, würde ich sagen. Er hat auf jeden Fall dabei geblieben. Er denkt sich, ach, ja, den kann ich dominieren. Wäre cool, wenn jetzt wirklich noch ein Dritter dazukommen würde. Ich habe keinen Bock auf Duelle. Ich mag es lieber, wenn es ein bisschen chaotischer wird. Loll, und tot bin ich. Ist das dumm, ey. Und da ist er wieder... Okay, jetzt ist es ein bisschen laggy. Ah, komm schon. Finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ah, scheiße. Nicht cool. Ach komm schon, ich komme nicht dran. Ah, ist das nervig. Boah, ist das Cancer, ey. Geh weg. Ja, das wird natürlich nichts mehr für mich, aber trotzdem. Ey, als ob du das nötig hättest, man. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh wow, ist das dein Ernst? Was ne Scheißrunde Leute, ey, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao.